Jetzt kommen wir zu den Akkordverbindungen. Guckst du leichter nach oben, weil die Lippe halt so bleibt und so. Ganz ausatmen, drei Sekunden warten. Wie viele Glücksgefühle hier ausgehen, wenn die Leute hier rausgehen. Und das ist wirklich eine Sache, die für uns alle, glaube ich, total entscheidend ist. Intonation, Mundstücke, neue Stücke, neue Trompeten natürlich auch. Ein breites Spektrum, was man hier vermittelt bekommt von Mundstücken über Ansatz, über Atemtechnik, über Blues, alles dabei gewesen. Klasse. 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 Klasse.